Hier in unserer IT-Abteilung fühle ich mich sehr wohl und ich würde auch gerne später weiter fortarbeiten und unsere Kollegen am Hub unterstützen. Hi, ich bin Luisa und ich bin Luca und wir machen beide unsere Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration hier am DHL Drehkreuz Leipzig. Wir sind beide im zweiten Lehrjahr. Wir möchten euch heute gerne unseren Ausbildungsbuch vorstellen. Kommt gerne mit! In der Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration lernt man, wie man Serviceanfragen von Kunden am besten bearbeitet. Das kann von Softwareinstallation über Netzwerktechnik bis hin zu Hardwarelösungen gehen. Die duale Ausbildung geht drei Jahre lang, wo wir von unseren Kollegen im Feed Support und im täglichen Doing eingewiesen werden. Feed Support ist ganz einfach das Helfen bei technischen Problemen von unseren Kollegen. In der Berufsschule sind die Themenbereiche der Ausbildung in Lernfelder unterteilt. Diese haben dann jeweils den Fokus auf zum Beispiel Elektrotechnik, Wirtschaft, Kundenservice oder auch generelle IT-Themen. Hier am DHL Drehkreuz durchlaufen wir viele Abteilungen, wo wir natürlich auch viele neue Informationen lernen. Mir wurde die Ausbildung am DHL Drehkreuz Leipzig von einem Bekannten empfohlen, der auch schon hier arbeitet. Da ich schon ein ganzes Jahr ein Praktikum hier bei DHL machen durfte, habe ich mich dazu entschieden, mich gleich in der Abteilung zu bewerben. Bewerben kann man sich ganz einfach online auf anpacken-dhl.de. Einfach einen Fragebogen ausfüllen, den Lebenslauf und Bewerbung herabschicken und los geht's! Ich habe mich für DHL entschieden, einfach weil das Arbeitsklima von unseren Kollegen super ist und wir natürlich auch abwechslungsreiche Aufgaben haben. Ich habe mich für DHL entschieden, weil man mit anderen großen Logistikanbietern zukunftssicher und immer gut aufgehoben ist. Das Highlight in meiner Ausbildung erlebe ich jedes Mal, wenn ich ein Problem von einem Kollegen erfolgreich löse. Mein Highlight ist, dass wir als Team zusammen auf Events gehen und dadurch immer mehr zusammenwachsen. In der Ausbildung solltet ihr mindestens einen Realschulabschluss vorweisen können. Ihr solltet im Team arbeiten können. Euch sollten die Schichten am besten nichts ausmachen. Und ihr solltet gute Kenntnisse in Mathe, Physik, Informatik und Englisch haben. Der größte Vorteil unserer Ausbildung ist meiner Meinung nach, dass wir ein kostenfreies Jobticket nutzen können und außerdem noch, dass wir viele Mitarbeiterrabatte bekommen für Online-Jobs und ähnliches. Für mich ist ja natürlich mein größter Vorteil, dass wir hier an einem Flughafen sind und hier auch arbeiten dürfen. In meiner Ausbildung möchte ich definitiv noch erreichen, dass ich so viele Informationen wie möglich mitnehmen kann und diese dann irgendwann als Ausgelernter vielleicht auch unseren neuen Azubis übergeben kann. Ich möchte noch erreichen, dass ich weitere Kontakte knüpfe und mich immer weiter verbessere. Gestalte jetzt deine Zukunft an DHL Träkholz Leipzig. Und bewirb dich doch heute auf anpacken-dhl.de.